Beim Essen fragte mich Robert plötzlich, ob ich mich als Sünderin sehe. Ich sagte, ich glaube nicht. Und er so, was wenn ich dir sage, dass du allein heute schon tausendmal gesündigt hast? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und meinte nur, ich weiß nicht. Darauf er, das hast du. Würdest du heute sterben, kämpfst du direkt in die Hölle. Aber wir helfen dir. Dann saßen wir alle im Kreis und hielten uns an den Händen. Er saß in der Mitte und legte seine Hände auf meinen Kopf. Und die anderen fingen an, irgendwelches unverständliches Zeug zu sprechen. Ich weiß nicht, was ich nicht so, 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 was ich nicht so Vielen Dank.